Vielen Dank für die Einführung. Nachdem wir einige Vorträge auch schon hatten über starke Methoden wie Szenariotechnik und Veränderungsbereitschaft, möchte ich in dem Vortrag heute eher den Verhaltensaspekt betrachten, um mit disruptiven Innovationen im Unternehmen umzugehen. Wie komme ich darauf, darüber zu sprechen? Also ich bin Geschäftsführer der 3DSE, wir sind eine kleine Beratung in München, 40 Leuten und in Österreich, in Linz und in Paris und wir beschäftigen uns seit Jahren mit Innovation und Produktentwicklung. Gestartet das Ganze klassisch mit dem V-Modell Systems Engineering, wir haben Flugzeuge mitentwickeln dürfen, wir haben Raumfahrzeuge mitentwickeln dürfen. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt, alles wird agiler, agile Methoden, das machen wir natürlich auch und führen die mit ein. Letztendlich optimieren wir ganze F&E-Bereiche und in den letzten zwei, drei Jahren kam das Thema IoT-Beratung stark dazu, die ganze Connected World, Connected Cars, Connected Homes und da merken wir natürlich einen veränderten Umgang mit Innovation, insbesondere im digitalen Umfeld. Unsere Kunden sind typischerweise etablierte, die klassischen erfolgreichen Unternehmen, die den Zyklus erfahren und die Innovation weiter vorantreiben und aus diesem Dilemma, Innovators Dilemma, wie wir es schon mehrfach gehört haben, ausbrechen müssen, können und genau an dieser Stelle stehen und entscheiden müssen, wie es weitergeht. Ihnen allen ist der Begriff Innovation bekannt, er hat etwas Originelles, etwas Neues, letztendlich ist es eine effektivere Lösung für Kundenprobleme und das Entscheidende muss natürlich in den Markt einbrechen und auch erfolgreicher Markt sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen war denn auf der CES in Las Vegas, so diese Hype-Veranstaltung, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich gefühlt habe ich gesagt, 70% dieser Innovationen, welches Kundenproblem wird eigentlich gelöst damit. Also ob ich jetzt meine Dusche mit Alexa starten muss, solange ich Armaturen habe, ich brauche es nicht. Es sind viele dieser Arten von Innovationen, aber es sind natürlich erste Schritte dahin und die Vielzahl macht es vor allem aus. Die Vielzahl der Aussteller, die Vielzahl der neuen Produkte, der Dienstleistungen, das war sehr interessant und natürlich gibt es einige Themen, die wirklich in den Markt einbrechen werden und Beispiel nur 5G, wenn wir unsere Datenübertragungsraten potenzieren werden in den nächsten Jahren, welche Chancen bieten sich da? Welche Chancen für digitale, disruptive Lösungen, wenn plötzlich eine Turbinenschaufel mit meiner Cloud kommunizieren könnte? Ich möchte das Ganze an zwei Arten von Innovationstypen festmachen, die Diskussion. Zum einen an der S-Kurve, Sie kennen das alle ganz gut, ein schönes Modell, den Wert einer Innovation, eines Technologiezykluses über die Zeit. Wir starten mit der Invention, da wollen wir gar nicht darauf eingehen, wir kommen rein mit einer neuen Innovation und der Großteil der Energie unserer Kunden und der Unternehmen liegt in der Ausschöpfung, der Exploitation, der bestehenden Innovation. Wir machen es schneller, besser, in time, in budget, in quality. Wir versuchen Risiken da möglichst gut zu beherrschen und stellen uns aber immer wieder die Frage, müssen wir ja nicht mal den Sprung auf eine neue, auf eine New Life Innovation, den Sprung im wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue S-Kurve wagen. Und für beide Modelle, für beide Innovationsarten brauchen wir unterschiedliche, haben wir unterschiedliche Lösungsansätze. Und ich würde gerne mal mit der blauen Kurve beginnen, was macht die Midlife Innovation aus, um vor allem dann über diese disruptive, radikalen Sprung zu sprechen, was dazu aus verhaltenstechnischer Sicht auch notwendig ist. Die Midlife Innovation, ja, sie ist inkrementell und bedient sich viele einzelne Schritte und wir können uns ganz gut aus der Lean-Systematik und Philosophie bedienen, ein Team aufzusetzen, das kleine Schritte macht, Sie kennen das alles aus dem Toyota-Produktionssystem, das System muss am Laufen bleiben, eine Produktion kann im Jahr bis zu 1000 Veränderungen, inkrementelle Schritte und Verbesserungen beinhalten und das System schrittweise kosteneffizienter zu machen, den Kunden, den wir kennen, den wir gut kennen, noch besser zu bedienen und den Profit zu mehren. Letztendlich brauchen wir gutes Projektmanagement, momentan auch agiles Management, Product Owner und Projektmanager, die die Themen treiben, die oft in der Matrix zusammenarbeiten und die Produkte voranentwickeln. Letztendlich verglichen mit einer disruptiven Innovation geht es darum, schrittweise voranzugehen, durchaus langsamer voranzugehen und ich brauche disziplinierte Mitarbeiter, die aus den Fachdisziplinen kommen, auch diszipliniert an den Themen arbeiten, ich gehe die kleinen Schritte und vor allem lerne ich kontinuierlich an den Problemen zu wachsen, es ist gut, Reklamationen vom Kunden zurückzubekommen, daran kann ich mein Produkt verbessern und schrittweise weiterentwickeln. Das andere Thema ist dabei, es geht darum, keep making things, also das Gleiche immer besser zu machen und das Rad am Laufen zu halten. Dazu brauche ich, habe ich häufig eine klare Richtung, ich habe ein Homing-Mantra, also ein zielgebendes Mantra, bei Toyota ist es Verschwendung eliminieren, bei Automobiler kann es sein, Freude am Fahren, solange noch gefahren wird und das wirklich Freude macht oder Vorsprung durch Technik, solange die Technik noch entscheidend ist, sind es sinngebende, zielführende Mantras, Orientierungen, die wichtig sind, um letztendlich in diesem Innovationsbereich auch Fortschritte zu machen. Ich habe einen Freigabeprozess, schrittweise, ich habe Bewertungskriterien, an denen ich bewerten kann, ob ein Projekt besser oder schlechter läuft und als Boss können Sie sich einigermaßen zurücklehnen, Sie organisieren das endlich über hierarchische Strukturen, das Ganze und mit einer Lean-Philosophie funktioniert es auch relativ gut, immer wieder kontinuierliche Innovationen voranzubringen. Wie schaut es bei der New Life Innovation aus, also diesen Sprung? Hier müssen wir sicherlich einiges verändern, hier brauchen wir ganz andere Verhaltensweisen, hier müssen wir anders rangehen und letztendlich ist es wie ein Sprung, also man muss wirklich springen und man kann nicht langsam springen. Also springen geht nicht langsam, Laufen, Schritte nacheinander können wir tun, aber Springen müssen wir schnell machen. Es gibt radikale Ansätze, wer hat unbekanntes Territorium und auf der anderen Seite der S-Kurve wartet niemand, man weiß gar nicht, wo man rauskommt. Und was sind jetzt diese Ansätze, die wir erkannt haben aus den mehr als 150 Projekten, die wir jetzt in dem Bereich Innovationen gemacht haben, ist Move Fast. Es geht nicht langsam und wie kann man schnell springen? A, wir hatten es ganz am Anfang schon, wir brauchen das richtige Team, wir müssen die Ressourcen nicht knapp halten, sondern wir brauchen Kunden dabei, wir brauchen Fachexperten dabei, ich glaube, es sind nicht nur drei Rollen, häufig, ich habe es bewusst hingeschrieben, auch Frauen, das sind oft eine Männerdomäne und ganz wichtig, auch den T-Boy, wir nennen das so, das sind die ganz Unerfahrenen, die dazukommen und die richtigen Fragen stellen an der richtigen Stelle. Wir müssen auch schnell springen und radikale Schritte machen, weil das eigene Immunsystem des Unternehmens die radikale Innovation schneller killt, als der Markt sie wahrscheinlich killen wird. Das heißt, bei dem Sprung müssen wir sowohl Kopf als auch Bauch, das heißt rationale, also emotionale Bewertungskriterien mitnehmen, weil wir kein definiertes Bewertungssystematik haben. Es sind andere Bezugsrahmen, wir wissen nicht, ob die Innovation funktionieren wird oder nicht, wir müssen spielerisch damit umgehen und wenn wir uns Zeit lassen bei dem Thema, verharrt eines entweder der Kopf oder der Bauch nach wie vor in der alten Welt und jede Innovation kann damit totgeredet werden. Wichtig ist auch Rapid Learning, Think Days, not Month. Wenn Ihnen das Team sagt, wir brauchen vier Monate, dann ist es vielleicht ganz gut zu sagen, wir machen das in vier Wochen, das Ganze und verkürzen die Zeit ganz drastisch, um den Sprung auch zu ermöglichen und nicht zu lange im Alten zu verharren. Im Gegensatz zum klassischen, zur inkrementellen Innovation geht es auch darum, Dinge aufzubrechen, etwas zu zerbrechen. Letztendlich muss man den Weg nach hinten auch abschneiden. Wir brauchen ein anderes Mantra, ein anderes Mission Mantra. Letztendlich musst du die Schiffe verbrennen, damit die Leute nicht anfangen, wieder zurück nach Spanien zu rudern. Und dazu sind vier Aspekte wichtig, auf die ich noch eingehen möchte. Das eine ist, ich brauche eine bahnbrechende Richtungswahl. Wir brauchen ein ganz anderes Mission Mantra. Wir brauchen eine Launch Authorization, das heißt, ich muss alles bereitstellen, damit dieser Sprung gelingen kann. Da soll man nicht kleinlich sein und ich brauche diese verhaltensorientierte Sichtweise auf den Themen und die Philosophie dahinter. Pioneering Direction. Wie kriegen wir eine herausfordernde bahnbrechende Richtung? Letztendlich kennt jemand den Begriff Bosu? Das ist Slang für einen Clown, der sich selbst im Weg steht. Und letztendlich sind wir alle Bosu. Also wir verhindern unsere eigene Innovation selbst. Was haben wir gelacht, als Apple einen Computer ohne Tastatur rausgebracht hat? Also ich zumindest. Wer braucht einen Computer ohne Tastatur, so ein iPad? Ich muss ja meine Dinge eingeben können, ich muss damit arbeiten können. Letztendlich bin ich der eigene Verhinderer der Innovation an der Stelle. Und Sie finden wahrscheinlich viele Beispiele, auch in Ihrem Alltag, wo sich selbst die Innovationen verhindern würden, aus Ihrem Erfahrungskontext heraus. Wie gelingt es, aus diesem Auszubrechen und in eine bahnbrechende Richtung einzuschlagen? Man muss sich die latenten Kunden anschauen, also die Kunden hinter den Kunden. Wofür, wer ist der Kunde, der hinter dem Nutzer steht letztendlich? Beispiel an dem iPad. Ich habe meinen Kindern und meiner Frau ganz stolz das neue Sonosystem gezeigt, wie ich das alles regulieren kann. Da brauche ich keine Tastatur. Das ist cool. Letztendlich liegt der Mehrwert in dem iPad wahrscheinlich, wie cool der Nutzer ist und wie toll. Und letztendlich muss ich dahinter schauen und diese latenten Excitement-Faktoren herausfinden. Und da gibt es Prozesse, um die abzuleiten und Chancen zu identifizieren, indem die Firma mit ihrer Kompetenz, die sie heute hat, Felder entdeckt, die heute noch nicht belegt sind. Wir nennen das Wertströme. Wertströme erschließen sozusagen neue, latente Kundenanforderungen, Probleme, die noch nicht gelöst sind. Und die gilt es im Vorfeld zu erarbeiten und letztendlich die differenzierenden Kompetenzen in zukünftigen neuen Kundenwert umzusetzen. Das Mission-Mantra. Anders als Freude am Fahren oder Wertverschwendung zu reduzieren, ist es relativ leicht, den Weg zur Hauptstraße zurückzufinden. Sie kennen das alle als Red Ocean. Das Handy noch ein bisschen besser machen, das Auto noch etwas zu verbessern, das Getriebe noch etwas besser auszulegen und letztendlich den Kunden wertschrittweise zu steigern. Schwieriger wird es, wenn wir in Blue Ocean rein wollen, also wirklich neue Nischen entdecken wollen. Da muss man 100 Türen aufmachen, bevor mal überhaupt eine Nische interessant wird. Und dieses müssen Sie auch in der Organisation zurückspielen. Das heißt, Sie müssen dem Team, der Struktur die Möglichkeit geben, auszuprobieren, zu lernen. Und letztendlich auch ein Gefühl für die Nische zu bekommen, für den neuen Markt, der heute noch gar nicht bewertbar ist. Und da ist Emotion wirklich stark, emotionale Bewertung der Ideen mit dem Pilotkunden zusammen, der selbst auch noch gar nicht die Lösung kennt und seine Anforderungen wirklich kennt. Da gehört es dazu, im Geschäftsmodell zu spielen. Da gehört es dazu, Prototypen zu erarbeiten. Und wir hatten vorhin das Thema Realoptionen. Was wir da machen, wir spielen, wir bilden letztendlich mit Hilfe von Realoptionen das Geschäftsmodell ab, spielerisch. Und letztendlich überwinden wir damit unseren eigenen Bozo, indem wir wirklich uns in das ganze neue Geschäft hineinbegeben, mit dem Kunden und spielerisch, emotional neue Lösungen entwickeln wollen. Wenn wir diesen Rahmen nicht geben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass alte Bewertungskriterien, wo ist der Business Case, wie schaut es denn genau aus, hast du schon 60 Millionen verbrannt, was soll denn das, und wie viel steckt denn da drin, diese Bewertungskriterien zählen bei der disruptiven Innovation gerade im digitalen Zeitalter. Sind die nicht vorhanden, und wir müssen sie uns schrittweise erarbeiten. Launch Authorization. Ganz wichtiger Punkt, im Gegensatz zu inkrementellen Innovationen, wo Sie wenige Ressourcen, knappe Ressourcen bereitstellen, dürfen Sie aus unserer Sicht bei dem Sprung, müssen Sie alles Notwendige bereitstellen, an Kompetenzen, an Fachleuten, aber vor allem reduzieren Sie die Zeit. Es macht keinen Sinn, das ewig lang zu machen, sondern sagen, short in time, geben Sie dem Team wirklich die Sporen und sagen, nicht vier Monate, sondern wir machen das in zwei Wochen. Kommt mit der ersten Lösung, ihr müsst es nicht in 100% detaillieren, sondern begreift das Problem in Summe und bringt mir die ersten Lösungsvorschläge und dann gehen wir in den nächsten Sprint hinein. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, der aus unserer Sicht häufig vernachlässigt wird, weil man dem Team dann doch Zeit gibt, man organisiert es doch klassisch und holt euch mal da einen Experten, wenn ihr ihn braucht. Nein, bringt die Ressourcen zusammen in einen Raum für eine gewisse Zeit und spendiert die Ressourcen. Ein anderer Aspekt, der auch wichtig ist, ist eine toughe Jury zu wählen. Also von Top-Experten außerhalb der Organisation, innerhalb der Organisation, die bewerten können, ob eine Lösung funktioniert. Ich glaube, wenn man die Korrifäen und Professoren fragt, die können einem gut sagen, wann das etwas funktioniert und das ist aber vielleicht nicht so richtig, Sie sind oft falsch, wenn Sie sagen, das funktioniert nicht, dann kann es trotzdem funktionieren. Das heißt, nutzen Sie diese toughe Jury, um Lösungen zu identifizieren, die funktionieren können und geben Sie durchaus die Verantwortung ab und sagen Sie dem Team, ich will das gar nicht bewerten, überzeugt die Jury und dann wird das Ding auch weiterlaufen. Zum verhaltensorientierten Ansatz. Wir brauchen eine ganz andere Fehlerkultur. Wir müssen einen sicheren Rahmen schaffen, in dem, auch wenn er nur für zwei Wochen ist oder für vier Wochen, in dem wirklich out of the box gedacht werden kann. Letztendlich müssen wir mit Angst umgehen, Ängsten, die auch in dem Team in der Regel vorhanden sind. Man spielt ja gegen man spielt gegen das eigene erfolgreiche System. Dazu müssen wir auch in die Emotionen tauchen. Wir müssen Freude haben, wir müssen Kunden mit reinkriegen, wir müssen spielerisch mit den Ängsten umgehen und die uns ständig gegenspielen und bewerten, damit das Team aus dieser Gefangenheit herauskommt, und das gleiche Erfolgsmodell zu wiederholen, sondern wir müssen mit den Erfolgsregeln rechnen. Nehmen Sie das Team raus, zwei Wochen Urlaub kann jeder nehmen, nehmen Sie das Team zwei Wochen aus dem Geschäft heraus und arbeiten Sie wirklich in einem sicheren Environment mit dem Team. Ein guter Frühindikator aus unserer Sicht für Innovation in einem disruptiven Umfeld oder in einem digitalen Umfeld ist dieses Let go of control. Letting go ist ein früher guter Indikator, ob ein System machtfrei, in einem machtfreien Raum geht und Sie als Boss oder Verantwortlicher auch mal Verantwortung abgeben und genießen Sie das Power-Vakuum, wenn eines entsteht, geben Sie die Verantwortung ab, weil, wenn Sie es spüren, wird auch Ihr Team es spüren. Und darum geht es an der Sache. Das Team muss diese Verantwortung übernehmen. Sie müssen sich duplizieren als Boss. Und das schaffen Sie dadurch, dass Sie im Prinzip dem Team den Rahmen geben und die Verantwortung schrittweise abgeben und die Insignien der Macht auch etwas rausnehmen. Da gibt es, das kennen Sie wahrscheinlich sogar auch, einfache Mittel, selbst im Kleinen in diesen Arbeitsrunden, in diesen Workshops, dass sich nicht jeder an den gleichen Platz zur gleichen Zeit setzt, sondern dass das immer wieder durchgemischt wird. Es gibt Studien, jeder setzt sich im Prinzip, gerade in der Firma, orientiert sich unbewusst jeder an dem Ranghöchsten in der Runde und manche setzen sich bewusst weit weg, manche setzen sich bewusst nah ran. und das können Sie einfach aufbrechen, indem Sie sich mal einfach auf den Platz vom Boss setzen an der Stelle. Löst Irritationen aus, sind ganz kleine Elemente, die dazu dienen, dass ein machtfreier Raum entsteht, indem wir schrittweise bereit sind, out of the box zu denken, uns zu kritisieren und zu loben an der Stelle und Ideen durchzuspielen und diese 100 Türen oder vielleicht sind es 1000 Türen öffnen, bevor wir eine Idee haben, die uns eine interessante Nische bietet und die uns vielleicht eine zukünftige disruptive Chance ermöglicht. Ein anderer Aspekt in der Verhaltensorientierung ist auch, dass wir zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Es gibt keine Entscheidung, die einen Chef oder einen Projektleiter trifft, sondern das Team in Summe kommt zu einer Entscheidung, die Sie zusammentreffen und eine Entscheidung heißt ein Vorschlag für eine Lösung, für eine Idee, für eine Umsetzung. Das ist viel wichtiger, um in dem Immunsystem des Unternehmens erfolgreich weiterschwimmen zu können, als eine rational top bewertete, nach Business Case ausformulierte Idee. Wir legen da viel mehr darauf, dass wir über natürliche Selektion, ganz interessanter Prozess, wir erzeugen Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt und über die natürliche Selektion innerhalb des Teams mit dem Kunden zusammen kommen die Ideen durch, die vielleicht eine ganz interessante Facette haben und die Chancen haben, eine Veränderung wirklich zu bewirken. Wie ist unser Ansatz dazu vielleicht noch? Wir nennen das Responsible Revolution. Sie alle, viele sind ja von großen Konzernen, Unternehmen erfolgreich unterwegs und man kann nicht einfach unverantwortlich aus unserer Sicht da handeln und im Prinzip Selbstzerstörung bewirken. Wir brauchen einen sicheren Rahmen, in dem das funktionieren kann und die Ausgangssituation ist oft die, Sie sind erfolgreich, Sie spüren etwas, there is something out there, das könnte interessant werden, aber unsere Ressourcen sind auf das Abschöpfen der bestehenden Projekte und Innovationen gebunden. Im ersten Schritt gehen wir dazu über, wir nennen es Awareness Couch und da kommen die Szenarientechniken, Technologietrends zum Einsatz, um mit dem Kunden gemeinsam abzuleiten, ist wirklich eine Bedrohung vorhanden, macht es Sinn, den nächsten Schritt zu gehen oder bleiben wir im alten Modus und verändern das System gar nicht. Denn der nächste Schritt ist dann mit dem Kunden in ein Basecamp, da geht man auch mal raus, in der Laborumgebung wirklich kreative, also kreative, disruptive Optionen zu generieren, also das heißt einzelne Geschäftsmodelle, Features, ganze neue Systeme und wirklich diesen Freiraum zu generieren, das zu öffnen und dann haben wir festgestellt, macht es keinen Sinn, in Laborumgebungen weiterzuarbeiten, die außerhalb des Unternehmens sind, dann ist es viel besser, ins Unternehmen wieder zu gehen, einen abgetrennten Bereich zu haben, dort ein Lab aufzubauen, das letztendlich für die agile Businessmodell-Ausentwicklung und vor allem Verifizierung, Validierung des Businessmodells. Da kann man die Kunden reinholen, da kann man die Produkte auf, die bestehenden Produkte aufspielen und wir bieten letztendlich das Ökosystem, das gestalten wir ganz gezielt, für den Kunden aus. Wenn Sie in so einem Basecamp gehen, nochmal zusammengefasst, schauen Sie, dass Sie die richtigen Leute an Bord haben, also ein hungriges Team mit den cross-funktionalen Kompetenzen, versuchen Sie radikale Schritte zu gehen, also platzieren Sie eine Challenge vor dem Team, die eine echte Chance hat zu scheitern, also legen Sie die Latte nicht zu niedrig, aber machen Sie keine unrealistischen Ziele. Geben Sie dem Team deutlich weniger Zeit als erwartet, ein Drittel oder ein Zehntel der Zeit und Sie brauchen eine Richtung, die sozusagen wegweisend ist und dazu müssen Sie latenten Kunden Wertströme ermitteln, wo können wir mit unserer heutigen Kompetenz überhaupt neue Kundenwerte im Markt realisieren. Das Mission-Manda ändert sich, weg von immer das Gleiche tun und verbessern und expect the team to beat the bozo. Also Sie müssen die eigenen Verhinderer im Unternehmen und sich selbst überwinden und geben Sie alles dazu, was notwendig ist, damit es funktioniert. Rich in Resources, short in time. Ein Beispiel, das können Sie sich auch gerne am Stand bei uns draußen mal anschauen, ist das X-Lab von MAN, da haben wir genau den Prozess so gestaltet, heute heißt es Rio, ist über Capital unter den Top 3 der besten Digital Labs rangiert und das durften wir im Prinzip mit der Awareness, dem Basecamp und dem lokalen, kundenspezifischen Lab aufbauen und unterstützen. Aber dazu gibt es auch Veröffentlichungen, die können Sie sich dann draußen nochmal anschauen. Zusammengefasst, Makerspaces sind nice und okay, die braucht man auch, um zu lernen und zu üben, aber Disruption braucht sicherlich mehr, einen verhaltensorientierten Ansatz, einen sicheren Rahmen, in dem wir ausprobieren können, eine profunde Mythologie und nicht nur Raum und schöne Möbel, sage ich mal. Und Sie müssen das Team aus dem Alltag herausholen, in einem Basecamp, in dem Sie die Alternativen wirklich erarbeiten können, in neue Wege gehen können, aber dann holen Sie es bitte zurück wieder in ein spezifisches Lab nahem Unternehmen, um das Geschäftsmodell agil zu validieren und zu entwickeln. Okay, das wäre es von meiner Seite. Fragen? Vielen Dank.